Und Schlebusch kommt auch langsam in die Partie, schöner Freistoß und Velikov wird das erste Mal gefordert, der Keeper Mitte 91 mit einer Klasse Parade. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt, dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos.